Herzlich Willkommen Leute zu einer neuen Folge Minecraft Giant mit Shlandy Hallo Dankeschön, ich hab wieder Regeneration Und ich auch Dann holen wir mal die Endermänner zu uns Ja mach das, ich schau dir dabei zu Puff, 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 puff Das ist ein Darkness-Spiel oder? Was? Was? Ich dachte gerade der Darkness aus dem Darkness-Spiel Ich bin reingefallen Ich bin reingefallen So Oh, drei Gas drinnen, ne? Echt? Ja, drei Seriosili? Ja, Seriosili Okay, dann brauchen wir nur noch einen, dann machen wir uns in der Zeit Ach, ich brauch dann noch ungefähr 26, aber dann... Wieso? Okay, stimmt, man darf keine... Nein, oh mein Gott, ich sterbe gleich! Bist du behindert? Trotz Regeneration nur noch zwei Herzen Nein! Oh Gott, ich darf nicht mehr! Ich hab vergessen, ich muss reparieren gehen Oh Naja Du dann... Ich muss ganz kurz... Oh Gott, da sind... Hilfe! Komm wieder zurück Fünf noch! Nur noch fünf! Noch fünf Sachen! Was? Gib mir dein Schwert und dann... Nee, 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 ich geh jetzt los Achtung, ich geh jetzt los Okay Fünf Vier Drei Los geht's! Durch die Welt! Durch die Welt! Oh, falsche Richtung! Scheiße! Fuck! Wohin? Fuck, wohin? Da raus! Ja! Okay, ich warte hier auf dich Ventoraptor! Ventoraptor! Los! Flieg um dein Leben! 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 Alter, das war jetzt gerade knapp! Ich hatte nur noch zweieinhalb Herzen! Okay! Trotz Onyx Rüstung! Boah, schon eine harte Sache hier in dem Ende Dungion! Ich baue mal so einen Hundegrabstein ab! Jaja, wenn du deinen Hotdog frisst, ne? Erzähl ich dir aber keinen! Boah, der war so schlecht! Du darfst dich jetzt erhängen gehen! Hey, komm schon! Der war super! Okay! Ähm, jetzt darf ich... Oh man, jetzt darf ich alles un-enchanten! Wieso un-enchanten? Ja, sonst kostet das Reparieren so dermaßen viel! Oh! Eigentlich ja nicht! Bei mir kostet es irgendwie immer eins, egal was ich drauf hab! Was? Müsst du mich verarschen? Ne! Repair kostet 32! Siehste? Hm, bei mir nicht! Seicht! Egal! Dann mach halt! Sooo... Dann das! Okay, perfekt! Hast du diese Gas-Drehen eigentlich aus... normalen Endermänner bekommen, oder? Jaja! Also die eine aus normalen, die anderen zwei aus dem Special-Gedöns! Okay! Enchant! Das glaub ich dir jetzt mal! Repair! So! Und ich werfe jetzt hier sinnlos mit Enderperlen rum, weil ich's kann! Okay, warte! Coldtouch noch runter, zack! Repair! Perfekt! Alles wieder perfekt! Jetzt muss ich nur noch wieder enchanten! Protection 4, Unbreaking... Oh! Protection 4! Unbreaking Irons enchanten! So! Und ich verjaget sie die unnormalen Endermen, oder die normalen, oder was auch immer die normalen jetzt sind! Keine Ahnung, welche öfter spawnen! Das ist egal! Und wieso hat der solche... Der Enderman hat Regeneration drauf! Ha! Welcher denn? Ja, halt einer von meinem Kristall hat ein ganz normaler bekommen! So ein bisschen! Weiß schon! So Zeug halt! Okay! So! So! Was brauche ich noch? Ich brauche... Haste! Genau! Das muss ich wieder raufhauen! Astel! Coldtouch brauche ich wieder! Und... Wie wär's mit Slowfall 3! Bitch please! Wieso nicht! Wieso nicht! Hast du vollkommen recht! Yo! Oh ja! Oh ja! Und ich töte Endermener! Das freut mich ja so sehr, ey! Okay! Warte! Wo ist das da? Reading 1! Ich hab einen Enderman Kopf bekommen! Ich weiß nicht was Respiration ist, wenn du mir sagst was das ist! Respiration absolut keine Ahnung! Tut mir leid! Egal! Ich hau mir mal Respiration 1 drauf! Und äh... Ich kann auch richtig toll Enderman fahren mit meiner Axt! Gut! Ich bin dann schon wieder mal auf dem Weg zurück! Zu dir! Jo! Ich hab ganz viele Schneewelle für dich! Repair Cost Level 2! Gut! Warte kurz! Dann stell ich mich nochmal da hin! Hop! Okay! Hab ich irgendwas bekommen? Nein! Natürlich nicht! Wie hätte es auch anders sein können! Wie langsam ich grade Level bekommen! Ey! Jawoll! So! Perfekt! Richtig langsam! So! Meine Rüstung ist wieder total ganz! Und mein Schwert auch wieder total ganz! Boah! Ich hab 30 Level! Merke ich gerade eben! Zack! Ich nehme die drei Gastränen aber wieder mit! Ja! Also ich habe jetzt gerade alles abgelegt! Außer die drei Gastränen! Meine Fackeln! Und mein Essen! Ich weiß nicht was ein Strike Enderman ist! Aber ich töte ihn jetzt einfach mal! Der darf dich nicht berühren! Sonst teleportiert er sich wieder weg! Oh! Hat er gerade gemacht! Ja! Pech gehabt! Na ja! Dann töre ich jetzt einen normalen Enderman! Also ich bin dann gleich wieder bei dir! Wieso auch nicht! Ich bin gleich wieder bei dir! Okay! Das geht recht schnell mit dem Ventoraptor! Ja! Ich glaub dir einfach mal! Ich wette du hackst! Du lügst mich einfach nur an! Mach ich auf jeden Fall! Na glaubst du ich mach das wirklich mit dem Ventoraptor? Bist du das Wahnsinns? Ja! Und ich dachte schon! Nein! Oh mein Ventoraptor brennt! Egal! Interessiert mich nicht! Ich stirbe einfach! Mein Ventoraptor brennt! Das klingt auch wie so eine schlechte Serie! Mein Ventoraptor brennt! Aber der tut's ja! Oh! Und da ist ein Gelber! Den hol ich mir! Den hol ich mir! Das ist meiner! 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 Puff! Puff! Warte geh weg! Eins! Zwei! Drei! Ja! Nein! Scheiße! Zwei Golden Nuggets und ein Emerald! Dann ist deine Schuld! Bitte was? Was? Bitte was? Was hast du gesagt? Da bin ich froh dass ich noch immer Looting 3 auf meinem Schwert habe! Ja! Das ist gut! Weißt du? Ich lispe ja auch gerade gar nichts! Ne ne! Ehe nur mit Absicht oder? Ja nein! Mit Absicht war das! Das war eben gerade ohne Absicht meine ich natürlich! Okay der Sarkasmus hat hier nicht unbedingt gut funktioniert! Wieder nur drei Enderperlen! Äh nicht Enderperlen sondern drei Gastränen! Ich brauche noch eine Gasträne und dann haben wir ein Sinside Schwert! Das wird so awesome! Du hast gerade in Eye of Ender gedoppt! Also das ist schon fertig! Ja geil! Gehört mir! Komm schon! Komm schon! Komm runter da! Sonst krafte dich an und dann ist er weg! Ja mich greift er doch nicht an! Komm schon! Eins! Zwei! Komm schon! LOL! LOL! Regeneration vom Kristall! Ja! Nein! Oh fuck it! Ja nein! Oh fuck it! Wie oft man diesen Satz in der Aufnahme hört! Ja! Egal! Beim nächsten Mal sage ich nicht fuck it sondern fucks up! Meinetwegen! Das ist ein YouTuber falls du nicht weißt oder? Ich glaube ich kenne ihn! Der ist ja in meinem Netzwerk! Achso! In welchen denn? Dieser Musiker! DiviMove! Richtig! Richtig! Okay! Oh da ist ein Strike Enderman! Cool! Nein! Jetzt ist er wieder weg! Ich kenne ja allgemein nur YouTuber die entweder in meinem Netzwerk sind oder die ich durch Shine oder anderes kennengelernt habe. Durch was anderes denn? Was machst du denn sonst noch? Oh Fische! Ja! Auf YouTube Videos gucken und rumgammeln! Achso! Ich habe Fische weißt du das? Aber da kann ich mir keine... Jo! Nett! Komm her da! Komm her da! Okay! Komm her! Zack! 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 Was war das? Ein Cursed Enderman! Vielleicht gibt der was! Hat der was gegeben? Komm jetzt hier zu Spindenaugen! Ist doch scheiße! Ich brauche nur noch ein einziges... Wir! Ruhe jetzt ja! Ich! Sammle den ganzen Scheiß! Komm schon! Alter! Drei Gasdränen haben wir schon ne? Lol! Da sind jetzt viele gespawnt! Warte! Hey! Ich hab ne Idee! Lauf öfter mal so durch! Da spawnen noch mehr! Was ich nicht verstehe! Wieso attackieren sie mich manchmal alleine? Einfach so! Hui! Egal komm! Zack! 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 Ich lasse einfach durch ein bisschen! Zack! Zack! Ah! Ich greife einfach mal jeden an! Puff! Puff! Zack! Nummer eins! Zack! Nummer zwei! Zack! Nummer drei! Zack! Boom! Was zur Hölle los mit dir? Puff! Ich weiß nicht! Ich bin da hängen geblieben! Äh ja die Schallplatte oder? Ja! Ich rede ja mit ner Schallplatte! Soviel ich weiß! Ja ja! Und ich mit einem Wolf! Ah! Das find ich cool! Ähm! Ja ich hab vier! Gehen wir! Komm! Warte! Warte! Nimm alles mit! Zack! Raus hier! Ja! Und nie wieder! So! Nie wieder? Ja wir haben jetzt der Sinneside-Schwerter! Zu was sollten wir hier hingehen? Ja für noch mehr Sinneside-Schwerter! Hahaha! Gute Idee Leskario! Ja und dann bin ich nicht gut oder was? Okay raus komm! Ich glaub dafür bekommst du einen Nobelpreis! Jaaaa! Den Friedensnobelpreis! Gut! Ich weiß nicht wie du darauf kommst dass du ihn ausgerechnet für den Frieden bekommen solltest aber... Hallo! Ich bin mehr für Frieden als Barack Obama! So okay! Dann! Da! Barack Obama! Komm schon! Ah! Oh! Das erinnert mich gerade so an die... Ja an die Westboro Barrow Baptist Church! Da 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 da! Kennst du das? Ah, nö. Von den? Weiß du, wer das ist? Nö. Wirst du das? Nö. So, warte. Du hast gesagt, ein Venomite? Ja. Wo ist mein Venomite? Alter. Ich weiß es nicht. Ich hatte genug Venomite. Ah, Tentakelland. Nein, danke. Tentakelland? Ja, du weißt, was ich meine. Japan. Das hört sich falsch an. Japan. In deinem Traumland, oder? Nee, ich bin nicht so ein Freund davon. Nicht? Ja, 19 Venomite. Okay, lass mich rein. Ja, klar. Hast du auch nichts mit? Onyx schenke ich dir nämlich nicht. Ah, dann gehe ich nochmal schnell nach Hause. Wie macht man sich denn das? Kannst du mir das erklären? Ich muss Onyx holen, sorry. Tut mir leid. Ja, nein. Ich habe selber keine Ahnung. Ich weiß nur, dass du dazu Venomite und Onyx und Gastränen brauchst. Ja, ich habe alle drei Sachen, aber es geht nicht. Dann komm mal mit. Dann müssen wir es vielleicht in der Smeltry machen. Eventuell. Das könnte auch sein. Glaubst du wirklich? Ja, wieso nicht? Okay, dann. Du hast eine Smeltry? Nee, aber in der Spawnstadt steht eine. Gut, wohin? Zur Spawnstadt. Ja, in welche Richtung ist die? Folge mir, mein junger Lyscario. Ich sehe dich leider nicht. Ach, wie immer diese Inkompetenz ist. Ich bin an deinem Haus. Ich sehe dich immer noch nicht. Ich bin hier. Hier hinten. Na, da wo die Poison Potions herkommen. Los geht's. Hui. Das ist was Essen. So, los geht's. In welche Richtung geradeaus? Weiter? Ja, ich glaube mal. Irgendwo da hinten. Wird schon richtig sein. Ach, da. Ich glaube, ich habe da sogar schon ein Waypoint gesetzt. Mal unabsichtlich oder so. Ein Dödel, das gibt's nicht. Ja, lass mich doch. Kannst das sein, zufällig? Das könnte sein, oder? Da hinten. Ja, so riesige Mauern. Richtig stadtmäßig. Eigentlich ja nicht. Nur riesige Mauern, aber... Trotzdem stadtmäßig passt. Ich habe heute irgendein widerliches Vieh gehört. Und Iscarius nicht in der Nähe. Also muss hier irgendwo was sein. Jetzt bin ich wieder in so einem Block, Alter. Du bist so ein Scheißvieh. Hör mal, wie redest du denn mit dem? Ja, dass der sich durch in den Blöcke reinbacken muss. Ich sterbe gleich wieder wegen dem Scheißteil. Das kann ja nichts draus werden, wenn du das immer so beleidigst. Schnauze, Alter. Genauso mit mir. Ja, bei dir wird sowieso nichts draus. Da habe ich schon aufgegeben. Echt? Wann denn? Ja, schon jahrelang. So. Ich kenne uns nicht mal ein Jahr. Alter, ich kenne dich schon, seitdem du geboren wurdest, Alter. Deine Mutter hat gesagt, halte meine Hand. So, jetzt komm schon. So. Da ist die Battery, okay. Wie mache ich das jetzt? Ich verzeichne beim heutigen Datum, wir haben heute den Niveau-Tiefpunkt erreicht. Ne, haben wir nicht. So, erklär mal, wie das geht jetzt. Da kommt noch mehr. Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch... Nein! Gib mir mein Schwert wieder. Du Hure. Wer hat dein Schwert genommen? Ich habe mein Schwert in die Smeltery reingelegt. Klasse Idee. Ja, und wie mache ich das jetzt? Warte, ich wohne mal kurz mit Onyx, dann kann ich auch gucken. Ich habe keine Ahnung, du musst das irgendwie reinpacken. Ich bin selbst planlos. Ich habe nur so ein paar Keywords in meinem Kopf. Und zwar Onyx, Velomite, Gastränen und Smeltery. Hallo, dann gibt man da bitte einfach ein Sinicide und das war's. Fertig. Und dann drückt man da drauf und dann... Ha, geil! Aus Sinicide kann man ein Sinicide Block craften. Ja, das wollte ich aber nicht wissen. Ja. So viel dazu. Mhm, 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 okay. Mhm, 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 mhm. Mhm, 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 mhm. Mhm, 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 mhm. Hast du schon mal eine gelbe Kartoffel gegessen? Auf jeden Fall. Okay. Ach, das gibt's ja nicht. Ja gut, ich gucke im Internet nach. Einfach so professionell, wie nur geht. Ja, und ich hole so lange mein Zeug. Was glauben wir denn hier? Bin ich froh, dass ich mehr Bildschirm habe. Sinicide. So, da brauche ich noch Onyx. Schwert erstellen. So, ich komme zu Smilterie. Das freut mich für dich. Und ich hänge in dem Block fest. Danke, Spiel. Einfach nur Minecraft. Oh, oh, ich gebe ein Sinicide Schwert erstellen in Minecraft. Was kommt? Ein Minecraft Schein-Video von... Mal schauen. LOL. Von wem? Da ladet mir einfach unsere Videos hoch. Ja, das habe ich schon von einiger Zeit rausgefunden. Wie geil. Ich glaube, der lädt von jedem alle immer wieder hoch, oder? Ja. Alle nach und nach. Und wird aber auch oft geklickt, muss ich ehrlich zugeben. Also der Wahnsinn. Wie viel hat der bekommen dadurch? Zehn Klicks. Okay. Watch out. The pattern is over here. Sinside Schwert herstellen in Minecraft. Mhm. So, wo bist du? Ich bin bei der Smiltery. Das mächtigste Schwert. Da haben wir es. Und das ist den Nodob. Oh ja, geil. Und jetzt erzähl mal, wie du es machst. Komm, erklär. Mhm. Oh, YouTube-Fehler aufgetreten. Steht nicht da. Jetzt komm schon, zeig was. Ach verdammt, ich brauche noch mal einen Ofen. Da ist einer. So, ich schmelze mir hier etwas Benamide. Wenn ich das kann. Ja, okay. Man hört gerade den Nodob in meiner Aufnahme. Leider. So. Leider. Ja, leider für die Leute, die gerade eigentlich... Ach, egal. Vergiss es. So. Ja, ich kann schon verstehen. Mhm. Okay. Weiter. Weiter. Ja. Mhm. Weiter. Okay, da. Er macht gerade das. Mältorrie. Okay. Was tut er da reinlegen? Komm, zeig mal. Zack. Er legt Steine rein. Warum? Du musst die, glaube ich, erst irgendwie anschweißen. Hey, gib mein Schwerdfilter zu. Na, okay. Danke. Ich bin zu dumm. Er nimmt Ironrods Gold und... Ein Knapsack hat er sich gemacht. Ach, schön. Ich will aber nicht sehen, wie du dir ein Knapsack machst, Junge. Was ist ein Knapsack? Wie ein Backpack, nur kleiner. Ach so. Wie ein Backpack, nur kleiner. Klasse. Warte, wie hast du das gemacht? So, zeig her. So, ich bin gerade hier. Oh ja. Sinicide Ingot. Wie hast denn du dir bitte jetzt die Ingotts gemacht, Alter? Zeig her. Da, okay. Zeig her. Show me. Show me your... Sinicide Ingot. Werf mal hier zwei Gastränen raus, dann probiere ich mich mal dran, ob ich es hin kriege. Okay. Werdeschön. Danke. Okay. Wo tun wir es rein? Wie hast du das gemacht? So. Er ist bei seiner... Bei seiner gar nicht. Jetzt mach doch endlich. Was ist los? Hier legt's ja einfach mal Venomite. So. Okay. Er hat in das Metal... Was? Wie hat er das denn gemacht? Der hat das im Ofen gemacht. Hä? Wie? Was? Er hat... Er hat aus dem Ofen dann auf einmal das Ingot rausgenommen. Achso. Oder warte. Warte, 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 warte. Es gibt ja noch ein paar verschiedene Öfen. Wie sah der denn aus? Ein ganz normaler Furnace stand da. Das war doch kein ganz normaler Furnace. Der sah aus wie ein ganz normaler Furnace. Alter, was haben wir denn noch für Furnaces hier alles? Ohne Witz. Gib mir mein Schwert zurück, Alter. Ohne Witz. Ich glaub, das war ein Fusion Furnace. Kann das sein? Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, das war... Ich hab... Vielleicht war es nicht Smeltry, sondern Fusion Furnace. Oh Gott, ey. Aber der ist einfach zu machen. Wir brauchen nur zwei Kohle, zwei Eisen und Brick. Ja, schon wieder hört man ihn. Zeig mir endlich, wie du den Ding machst, ey. Ich geh mal kurz Clay holen. Okay, mach das. Für den Fusion Furnace. Man braucht Clay? Ja, für die Fusion Furnace dann halt. Das ist ein normaler Furnace gewesen. Ohne Witz jetzt. Ich schau mich das gerade nochmal an. Und wie hat er es dann reingelegt? Ja, keine Ahnung. Dann müsst ihr mir das gesamte Video ansehen. Ja, mach. Ich hab keine Zeit fürs gesamte Video. Er hat in die Smeltry Eisen reingehauen. Okay. Komm, Alter. Ja. Ja, warte doch. Wisst ihr was? Wir machen kurz einen Cut, ne? Damit wir nicht so lange dastehen. Wir machen einen kurzen Cut. Und dann sehen wir uns nach dem Cut wieder. Bis gleich. Okay, bis gleich.